Hallo, ein kurzes Video zum Thema Transformationsmethode, eine Methode zum Erstellen von Zufallszahlen mit einer bestimmten Verteilung. In diesem Video soll es darum gehen, warum braucht man eigentlich die Inverse, hier ein Cheatsheet mit den einzelnen Schritten zur Transformationsmethode. Warum braucht man diese Inverse? Das will ich hier versuchen ein bisschen ganz grob zu erklären. Wir haben unsere Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion fx gegeben, dann ist der erste Schritt ja, dass wir hier die kumulative Funktion berechnen oder die Stammfunktion und dann daraus müssen wir erst nochmal die Inverse abziehen. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Was passiert mit der Inverse? Das muss einfach einem nur klar sein, dann ist das gar nicht mehr so schwer. Wir haben hier unsere kumulative Funktion, die geht auf jeden Fall bei 0 los und endet auf jeden Fall bei 1 und ist auf jeden Fall steil, geht nie nach unten. Jetzt haben wir aber das Problem, wir wollen ja ganz am Ende wollen wir gleich verteilte Zufallszahlen reintun und wollen dann die Skala rausbekommen, die wir hier hatten. So, ich mache das nochmal ein bisschen grafischer. So, wir haben hier unsere x-Skala. So, wir können da auch eine beliebige Funktion reinbauen. Die sieht meinetwegen so aus. Die hat die Fläche 1. So, und wir wollen hier, jetzt geht es nochmal hier hoch, wir wollen die gleich verteilten Zufallszahlen von 0 bis 1 reintun und wollen dann was rauskriegen, was hier auf der x-Achse liegt. Also, quasi auf was beliebigen. Jetzt haben wir mit der kumulativen Funktion, wir haben hier die x-Achse, die ist genauso, die ist dieselbe Skala wie auch hier, aber die y-Achse ist ja eine andere. Das ist nicht dieselbe Achse wie diese y-Achse hier. Jetzt haben wir das Problem, dass das genau umgedreht ist. Jetzt, wir wollen ja Zahlen von 0 bis 1 reintun und diese x-Achse rausbekommen. Jetzt haben wir hier aber x-Achse rein und Zahlen von 0 bis 1 rein. So, deswegen drehen wir das Ganze quasi um 90 Grad. So ein bisschen nasal gesprochen, warum auch immer, ich weiß nicht warum. Und da haben wir dann auf der x-Achse 0 bis 1 und auf der y-Achse, ich mache das jetzt mal grün wieder, kriegen wir hier dann die beliebigen Werte raus, die hier auch mit dieser x-Achse korrespondieren. Stimmt das? Also, rein deutschtechnisch. So, und diese y-Achse entspricht jetzt dieser x-Achse hier. Wir haben das also quasi einfach gedreht oder vielleicht so, wie mache ich das denn, so von hinten, ich glaube, das ist mir so in die Richtung, so, aber im Dreidimensionalen so nach vorne abgeflacht. Versteht man das irgendwie? Also, dieser Punkt wird so auf den gedreht, während diese Achse hier gleich bleibt. So wird einmal so dreidimensional rumgedreht. Das ist was passiert. Und dann haben wir nämlich den Bereich von 0 bis 1 auf die y-Achse. Ich wiederhole mich. Deswegen müssen wir das Ganze einmal umdrehen. Das ist was hier passiert. Also, inverse Funktionen hört sich mathematisch immer wahrscheinlich, oder für mich hat sich das am Anfang sehr schwierig angehört. Was hier eigentlich passiert ist, nur wir wollen die x- und y-Achse umdrehen. Thema gegessen. Vielen Dank.